Ich dachte, du kommst heute mal normal spät. Bei den ganzen Überstunden kannst du im Sommer acht Wochen freimachen. Wer will ausbezahlen? Jetzt sag mal, was ist das denn hier? Ein Rezept deiner Mutter. Meiner Mutter? Ich hatte Lust zu kochen. Aha. Sag mal. Ja? Deine Mutter hat dir nicht erzählt, dass sie noch den Stubenwagen auf dem Boden zu stehen hat? Stubenwagen? Ja, an dem du als Baby gelegen hast. Ja, weiß nicht. Brauchst du den? Naja. Vielleicht brauchen wir den. Wir sind bald zu dritt. Dreck, Niki. Das Arschl hat mich beklaut. Einfach beklaut. Ich weiß es nicht. Das ist... Lisa? Naja, ich meine, es ist ja nicht so schlimm. Lisa? Hier. Ist alles okay? Nein, Karin. Es ist gar nicht okay. Ich meine, was sollen wir jetzt tun, um zu Geld zu kommen, na? Ich verspreche es. Hey. Los, komm. Lass uns hier abhangen. Ich verspreche es. Bis zum nächsten Mal.